Er, ein arbeitsloter Zivildienstleistender aus Schweden, der in seiner Freizeit selbstmordgefährdete Menschen zählt. Sieben! Er, ein Zivildienstleistender aus Frankreich, der hier in diesem OP-Bild eingeblendet wird. Kickel! Er, ein übergewichtiger Alphand, der mit dieser Serie überhaupt nichts zu tun hat. Zusammen teilen sie sich die Miete dieser Wohnung und bilden die Zivi! Heute, Folge 70431, der Pizzabote. Søren! 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 Was ist, Baptiste? Also, ich komme gerade von Schwester Helga, ne? Also, das mit Französisch, das habe ich mir auch noch gefallen lassen, ne? Und das mit Griechisch und Spanisch, das habe ich auch noch ertragen können. Aber jetzt, jetzt will sie von mir auch noch... ...Mittelfränkisch! Also, diese Schlampe, voll pervers! Oh! Will Capzies hermals seine verschollene Unterhose finden, die mit den Entenmotiven... ...wird Søren hermals aufhören, Drummer Gott zu knutschen... ...und wird der Pizzabote hermals in der Zivg ankommen. Das alles und viel mehr in der nächsten 70.432. Folge der Zivg! Zivg! Darf schon ein Grüß! Simply starte ich jetzt in die 3öhnen Neue. Jetzt starte ich an Euch ... 后 Position be susceptioneратe! Das all das stimmt ...